Ja, liebes Publikum, nach diesen zwei spät verschönernden Ereignissen, die sich hier auf unserem Parallel abgespielt werden, fordere ich euch ganz einfach auf, lehnt euch zurück und schaut ganz entspannt zu, wie sich die Damen vom Ballett ganz seriös und nur für euch hier auf unserer Musikbühne abfacht man. Los geht's, Herr Kabelmeister! Herr Kabelmeister! Herr Kabelmeister! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus Auf die Götz kommt Ballett. Ein Römer, ein Römer, ein Römer, ein Römer und ein Römer und ein Römer und ein Römer und ein Römer. Ein Römer und ein Römer.